So, zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Wir gehen in den verseuchten Keller, in den Insekten verseuchten Keller, glaube ich, hat er gesagt, oder? Ungeziefer oder irgendwas. Wahrscheinlich diese komischen Insekten, die da oben schon irgendwie rumkreuchen und fleuchen. Ich nehme mal das Einzelschwert. Ich brauche alles für den Gyro-Modul. Schmuggler-Tunnel. Okay, es gibt, glaube ich, keine bösartigen Kreaturen. Das sind nur die Boglins. Die machen mir ja nichts. Ja? Zeig mal her. Kein Ausweg. Einer von mehreren Tunneln unter Pailoons Saloon. Die Nähe zum Landeplatz wäre ideal für einen Schmuggel von Waren in und aus der Kantina, ohne dass neugierige Augen etwas davon mitbekommen. Ja, aber er ist verschüttet. Bringt also nicht viel. Oh mein Gott. Nichts passiert. Klar. Kleiner Schock, sonst nix. Laserschranke. Eine Energiebarriere, die den Strahlenschilden ähnelt, die in den Klonkriegen häufig eingesetzt wurden. Sie widersteht nahezu allen Arten von Materie, was es fast unmöglich macht, sie zu durchspächen, ohne ihre Energiequelle zu zerstören oder zu deaktivieren. Los, wir kommen später wieder. Schon gut, ist nichts passiert. Genau so. Einfach nicht wieder dranspringen. Ne? Kleines. Geht's, dann geht's hier lang, ne? Aha, okay. Da gibt's mehrere Kreaturen. Nicht nur Boglinge. Hier, bleib mal da unten, ne? Die Stollen wurden schon sehr lange nicht benutzt. Verstaubt und verlassen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Nice. Noch mehr Schrott, was? Überlassen wir es Grease, den Schrott anderer Leute zu sammeln und noch mehr Schrott anzuhäufen. Ja, das passt. Oh mein Gott. Habe ich's doch gewusst. Ich habe schon, ich habe damit gerechnet, aber die erwischen mich jedes Mal. Ich, ich, man, man erwartet es einfach nicht. Nie bisher, ich habe ich's erwartet. Hier ist wahrscheinlich zu, oder? Ja, ist von der anderen Seite verschlossen. Ist das etwas, was wir gebrauchen könnten? Was ist das? Nicht glotzen, sondern springen, ha? Je schneller wir bei Grease sind, desto... Das sollten wir uns ansehen. Tolle Sache. Aber ich habe... Er hat das Kiro-Modul immerhin, immerhin. Aber wo bin ich jetzt? Angestützte Passage. Ich brauche nichts gerade. Weiter. Nein. Nein, 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 hör doch auf. Nichts passiert. Glück gehabt. Könnte ein Ausbildungsgelände sein, auf jeden Fall. Jetzt rein von der nahen Herausforderung her. Ähm. Ah. Was ist das für ein Ort? Ich... Ich bin. So, wieder zurück. Ich musste kurz meinen Hund rauslassen. So, Entschuldigung. Okay, weiter geht's. Zurück zu Greece. Tragedie. Einorme Felsmassen stürzten durch das Dach in diese unterirdische Zuflucht, was auf eine starke oberirdische seismische Aktivität schließen lässt. Erdbeben wahrscheinlich. Hier unten gibt's immer noch Strom. Vielleicht funktioniert hier noch mehr. Die Kammer der Dualität. Was auch immer das sein soll. Okay. Oh, nice. Ja, locker. Wo bin ich denn hier gelandet, man? Vorsicht, P.D. Die Galaxis zu entdecken und willige Planeten in die galaktische Gemeinschaft aufzunehmen. Gefahren, von denen sie nichts wussten, erwiesen sich dabei als ständige Herausforderung. Tut mir leid, aber es muss sein. Wird mein Gedächtnis komplett gelöscht? Nein. Nur das, was der Rat verlangt hat. Dann werde ich mich wenigstens an Sie erinnern. Ich bin bereit. Wie lautet dein Name, Druide? ZNA4 natürlich. Wie kann ich dem Orden dienen? Sie. Sag mir, wie ich durch den Kobo-Abyss komme. Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken. Meisterin Kree. Ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat. Ich weiß. Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, Si. Hier für dich. Einstimmer? Ein sehr gutes Modell. Meine Güte! Benutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen. Reise unterirdisch. Halte für niemanden an. Das ist ein Befehl, Si. Komme ich nicht mit Ihnen? Nein. Der Schlüssel nach Tannelor ist in dieser Anlage. Du musst dich beeilen. Ich fürchte, sonst ist alles verloren. Möge die Macht mit dir sein. Er hat es wohl nicht geschafft. Ich glaube, dieser Droide ist seit Jahrhunderten hier. Guten Tag. Oder ist es Nacht? Etwas stimmt hier gar nicht. Ist dein Name Si? Ja, das stimmt. Aber woher? Oh, nein! Ich denke, sie ist. Ich bin hier seit... Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bin Kerl. Das ist bei dir. Wir werden dir helfen. Freut mich, sie beide kennenzulernen. Ich würde Hilfe sehr zu schützen wissen. CNA 4, Si. Sie ist ein Droide aus der Zeit der Hohen Republik, der von Jedi-Meisterin Santari Kree beauftragt wurde, den Schlüssel nach Tannelor zu bergen. Sie mag Kerl sofort, stellt aber seine unkonventionelle Kleidung infrage. Hat sie noch nicht gemacht bisher. Kommt noch. Die Droiden sehen ganz anders aus, weil sie aus einer ganz anderen Zeit-Ära kommen. So. Das sagt mir halt noch nicht viel. Aber... Was muss ich denn machen, bitte? Muss ich die Kugel holen? Geht wahrscheinlich nicht. Weil sonst die Brücke kaputt geht. Gibt es noch andere Kugeln, die ich irgendwo herkriegen könnte? Kann ich sie nicht einfach losschneiden? Ich habe vor dem Ehe nicht zugehört, was ich genau machen muss. Das steht hier auch nicht. Leider. Verdammt, was muss ich machen? Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Bin ich doof? Ich hätte zuhören sollen. Kacke. Jetzt ist die Kugel runtergefahren. Aha. Ja, aber wie kriege ich denn die da rüber? Vielleicht geht es ja trotzdem von der Seite. Hä, warum hat es vorhin nicht geklappt? Ich habe es doch auch schon mal versucht vorhin. Ach so. Ärgerlich. Egal. Egal. Das habe ich verstanden. Danke. Wie frech der ist, der Kerl. Das war jetzt nicht per Zufall die Energiequelle für das Tor. Na gut, dann nehme ich die Kugel halt mit. So, und jetzt die Kransteuerung. Dann kommt sie frei. War das nicht die... Das war nicht die Kransteuerung. Hä? Das war gar nichts von beidem. Das war ein halbes Tor. Äh, nicht ein Tor, aber... Eine halbe Brücke. So, jetzt geht es wieder eine ganze Brücke draus. Ah. Hunderttausend Jahre. Ich habe eure Namen nicht in meinen Datenbanken. Wann habt ihr die Prüfungen abgelegt? Hab ich nie. Ich wurde bei einer Mission zum Ritter. Und was war der Grund für diesen eklatanten Verstoß gegen das Protokoll? Lange Geschichte. Order 66. War der Grund. Jedi Lackierungen. Und jetzt? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ah ja. Das ist die Kransteuerung. Komm, Biddy. Hau mal den Reparaturauftrag raus. Nichts zu danken. Oh, entschuldigen Sie mich jetzt. Ich wurde lange genug aufgehalten. Oh, nicht jetzt. Reiß dich zusammen. Äh, darf ich mal sehen? Nun, ich. Ich muss zugeben. Ich benötige eine Reparatur. Was will sie? Was ist Tenaloth? Hm. Ein Planet. Versteckt in dem Kobo-Abiss. Hm. Dort steht... Ein Jedi-Tempel. Eine Bastion des Lichts des Ordens. An der Grenze der Galaxis. Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenaloth das werden würde. Es reicht erst mal. Wir müssen hier nur irgendwie weg. Nun, dabei kann ich helfen. Ist er das? Oder das? Nein. Oh. Ja. Das ist der Weg. Mir nach. Das ist der Weg. Mandalorianer. Ah, jetzt sehe ich, wo wir sind. In einer Meditationskammer. Meisterin Kree hat sie benutzt, um Jedi auszubilden. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nur nicht mehr, wozu es gut ist. Meisterin Kree hatte einen brillanten Verstand. Könntet ihr sie kennen? Kann ich nicht behaupten. Egal. Aber ich denke, sie hätte euch gemocht. Ich muss hier raus. Ich hatte großes Glück, dass ihr im richtigen Moment gekommen seid. Ja, du hättest ewig hier unten bleiben können. Bonus erhalten. Aber sie kann jetzt nicht mehr ihren Auftrag verfolgen. Das ist ja 100 Jahre her. Das bringt ja alles nichts mehr. Hat keine Relevanz mehr. Du hast einen Bonus entdeckt. Im Spiel gibt es verschiedene Arten von Boni. Und sie können deine Spielweise nachhaltig beeinflussen. Du hast zu Beginn drei verfügbare Bonus-Slots. Du kannst im Laufe des Spiels weitere Slots freischalten. Besonders mächtige Boni erfordern möglicherweise mehrere Slots. Boni können jederzeit im Boni-Bereich des Fähigkeiten-Menüs eingesehen werden. Aktuelle ausgerüstete Boni können an Meditationspunkten verwaltet werden. Okay. Verstanden. Sie, dieser Planet, den ihr erwähnt habt. Wie ist der so? Terrellor? Was für ein wundersamer Ort. Wie komme ich da hin? Durch den Kobo-Abyss. Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat. Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Das muss das Wissen sein, das muss das Wissen sein. Oh, ich hab wohl sehr, sehr lange geschlafen, nicht wahr, Kel? Ja. Keine Sorge. Du bist nicht allein. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Sie tragen zwar nicht die korrekte Kleidung, aber... Jetzt bin ich sicher, dass Sie ein Jedi sind. Hm. Na komm. Ich bin gleich da, Kel. Warten Sie nicht auf mich. Oh, was für seltsame Gebäude. Meine Güte. Was war das? Die läuft komisch. So, das ist... Ähm, na ja, gut. Wir finden schon ein Plätzchen für Sie. Ich muss ja eh zu Grease. Ich bin kein Spion der Bedlam Raider. Ich bin ein Freund von Cal Kestis. Ah. Was ist? Ich hab dir gesagt, Kumpel, du bist in der falschen Kantina. Ich hab noch nie von einem Cal Kestis gehört. Hey, Grease. Ach, der Cal Kestis. Ich hab das Gyro. Du bist da. Schön, dich zu sehen. Grease Strydus? Das ist Bode Kona. Er war auf Coruscant. Ohne ihn hätte ich nicht überlebt. Oh, na dann. Hi, freut mich wirklich sehr. Allerdings ist es leider so, dass ich kein Bett mehr übrig habe. Moment, noch so einer? Cal, du hast die sehr schlechte Angewohnheit, Streune aufzulesen. Ich bin ZNA4, bescheidene Dienerin des Ordens der Jedi. Oh, sie ist nicht auf dem Laufenden, ne? Sie war unterirdisch gefangen. So ein Design hab ich noch nie gesehen. Schon fast ein antiker Droide. Hast du da unten vielleicht was gefunden, das Kredits wert ist? Ha, Kredits? Ha! Cal, sie haben mich gerettet. Aber ich muss sie um noch mehr bitten. Oh, ich wusste es. Meisterin Santari befahl mir, die Waldanlage zu öffnen, aber... In meinem Zustand kann ich diese Pflicht nicht erfüllen. Bitte. Wenn ich scheitere, ist der Schlüssel nach Tannelor vielleicht für immer verloren. Moment. Sagtest du gerade Tannelor? Du hast davon gehört? Das ist eine alte Prospektorenlegende über eine verlorene Welt voller Schätze. Vielleicht beweist der Droide, dass es kein Mythos ist. Sollten wir uns ansehen. Ja, aber erst werde ich die Mantis reparieren, bevor die Raiders sie holen. Ich werde mit dir gehen. Du reparierst und ich passe auf. Äh, ist der so hart, wie er aussieht? Ist er. Hier kann ich keinen besseren Scharf schützen. Okay. Wir schauen nach der Mantis. Und ich sehe nach, was da im Wald ist. Danke, Kerl. Sobald ich wieder voll einsatzfähig bin, komme ich zu Ihnen in die Waldanlage. Moment, altes Mädchen. Während die tapferen Helden aufbrechen, könntest du doch die Schubdüsen runterfahren. Dir nach. Ich kümmere mich um deine Wartung und erzähle dir, wie es um die Galaxis bestellt ist. Oh mein Lieber. Kerl, ich werde den Salon schließen, bevor ihn die Raiders noch zerleben. Nimm die Hintertür, ja? Alles klar. So, ich möchte kurz ein paar Anpassungen machen. Pailun Saloon erkunden. Dank Kerls Bemühungen verbessert sich der Außenposten in Ramblers Reach kontinuierlich. Neue Läden und Aktivitäten sind jetzt verfügbar. Nice. Domas Laden im Außenposten auf Kobo ist jetzt verfügbar. Auf Kobo gefundene seltene Mineralien können hier ausgegeben werden. Für den Außenposten rekrutieren. In der gesamten Galaxis kann Kerl neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung des Ramblers Reach Außenpostens beitragen können. Kehre hierher zurück, nachdem du sie nach Kobo geschickt hast. Nice. Kobo Stimmschlüssel. Aktiviert die Technologie aus der Zeit der Hohen Republik, um neue Gebiete zu erreichen. Mann, ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel. Ich möchte unten kurz zur Werkbank. Und dann gibt es ja noch so Typen in der Mine, glaube ich, die ich noch retten könnte. Ich glaube, ich ziehe auch mal das neue Gewand an mit dem Cape. Ging es hier nicht runter? Hier. Nein. Hä? Ist das die Toilette? Was ist das? Ich will erst gar nicht wissen, wie das hier herkommt. Ich auch nicht. Soll ich noch mal Hände waschen? Nee, komm. Ah, nein, nein, nein. Das war da hinten. Turgle. Hast du den Droiden dabei? Du hast sie auch gerettet, was? Ich hab ja nur wieder auf die Beine geholfen. Und er will dafür nichts im Gegenzug. Naja, sie hat mir ihren Stimmschlüssel überlassen. Oh, ein To- Äh. Was? Du hast einen echten gefunden? Das stimmt. Denkst du, ich könnte vielleicht... Du kannst ihn dir nicht borden, Turgle. Äh. Vergiss es. Du verlierst ihn nur wieder. Oder irgendwas anderes. Das kann nicht erlaubt sein. Nicht mal hier am Rande der Zivilisation. Was denn? Was meint der? Egal. So, ich will ja eigentlich nur runter gerade. Den Rest kann ich mir nachher ansehen. Und zu Domas' Laden möchte ich gerne auch gehen. Gegenstände gefunden. Alles klar. Ich bin gespannt, was ich dafür kriege. Anpassungsgegenstände. Ich hab noch nix hier, ne. Was kommt dann noch? Hose. Jacke. Bad. Frisuren. 14 Frisuren. Ist auch nicht schlecht eigentlich für das Spiel, ne? Cool. Ähm. Jacke. Genau. Ich möchte die hier haben mit dem Cape. Taktische Jacke. Die nehm ich mal. Das ist mal was anderes. So. Ich hab keine... Aber ich hab Bonis. Widerstandskraft. Ich hab nur einen, ne. Das ist okay, so. Passt. Fähigkeiten habe ich nichts. Kampfstealer bauen auch nichts. Ausruhen muss ich auch nicht. Das ist Sia's Hallux-Set. Wie ist das wohl hergekommen? Das Hallux-Set. Dieses siebenseitige Hallux-Set gehörte eins der jedigen Sia Junda, die damit Musik komponierte. Mit Hilfe der Psychometrie konnte Kerl es auch spielen, was der Grund sein könnte, weshalb Sia es ihm überließ, als sie Dementis verließ. Wo war die Werkbank? Ah, hier. So kommt man mal auf andere Gedanken. BD1. Vielleicht ein bisschen einfärben. Den guten. Wobei. So, hier möchte ich nichts ändern. Ich möchte vielleicht... Ja, gut. Das sieht schon am besten aus. Das sieht schon weiß am besten aus, muss ich sagen. Aha, hier ist der Akzent. Na gut, okay. Ein bisschen Gold rein, komm. Zustand ist eh gut. Das ist gut erhalten. Das ist frei. Ich sage, nein, das ist ein Primär. Primär ist weiß für mich. Das passt schon. Aber ein bisschen Gold rein ist nicht schlecht, ne? Gut, gut. Du bist fertig, BD. Lichtschwert bleibt mal so, wie es ist. Blau. Ich könnte es mal grün machen. Ah, komm, ich warte. Die Macht ist mit mir. So, gespeichert auf jeden Fall. Darum ging es mir. Gut. Dann gehe ich mal nach draußen. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.